Mutz, Mutz, mein lieben Zuschauer! Herzlich willkommen zu... Weiß auch nicht, was machen wir eigentlich Fight Night? Ach Sempa, red nicht so lange! Du redest ja auch schon wieder eiskalt rein, ne? Mhm. Ja, mit mir ganz vielen komischen Leuten. Hallo liebe Zuschauer von Sempa. Aber was der sagt ist sowieso egal. Ich wollte jetzt eigentlich all die anderen Leute hier im Channel begrüßen. Hallo. Hallo. Da fallen mir höchstens zwei an, die begrüßenswert wären. Moment, ich schau mal. Mich und dich, oder? Mich? Ich würde den Wasserfall begrüßen tatsächlich. Vom Matt habe ich ja schon begrüßt. Den Rorschach begrüße ich sogar. Ich grüße euch auch. Ist das ein Voll-Setup oder was ist das? Das ist ein... Klickt alle erstmal auf ne Panzer, wir wollen so schnell wie möglich losfahren Setup. Das ist letztens Wargaming-Worten, das war wieder klar. Ja. Ja. Die anderen sind schuld. Die ganzen anderen Kompass. Alle doof. Wir sind gleich unterwegs. Ach. Ich weiß sie. Das war nicht mein Handy. Erst war mein Handy. Der Sempa hat übrigens gerade eben schon ne Aufnahme gemacht. Das ist jetzt Info für seine Zuschauer-Exklusiv-Info. Ähm. Ich muss niesen. Und hat dabei viermal mit seinem Handy auf nem One-Shot-Objekt verschossen. Ich hab's gesehen. Das heißt wir haben exakt eine Bad-Chat bei, ja. Das ist wirklich Troll. Nice. Du bist schuld. Und okay wir haben eine Bad-Chat bei, das ist gut. Und ich bin ja doch Arti, alles klar. Er darf wieder Arti fahren, ne. Verdammter ist sauer auf mir. Na dann ihr 100er beide zur Brücke erstmal Arti safe halten. Ähm. Der ganze Rest. 113, 121, die ganzen Mates alle erstmal hier runter. Bad-Chat spiel die mal hier vorne. Ähm. Werd ich da vorne hin und mach nen Set, äh nen Spot rüber. Hm. Ja, ich möchte den Clash hier unten quasi. Ja. Linke Seite nehm ich noch einen weg. Worscher, machst du das, die linke Seite einmal Lonely Spotter? User join your channel. Hii. Na. Der Hund. Noch, der schon wieder. Hiiii. Hi Shady. Na du? Na du? Achtung Arti, bleibt stehen. Alles story? Gebt mal ganz hier. Tuerlich. Andern links von dir ist ein Baum, ja auf der Seite. Da kannst du dich mal schon ganz nice reinstellen. Wird das hier jetzt nen ehemaligen Treffen. Hahaha. Warum nicht, kann man immer mal machen. Nice. Nehm ich. In 4. Mates trotzdem durchziehen oder wie? Ja, ja klar. Klar, klar, klar. Wie weit sollen wir? Ähm, durch. Habe ich ja gesagt. Vorne sammeln und dann... Hi Slimy. Boah, geht bloß weg. Redshed, bleib hier in dem Bereich bitte. Ah, hey Gegner! Oh, sorry. Muss auch nicht anders. Bleib bloß weg. Bleib bloß weg. Immer rauf. Immer rauf? Den Rest der da kommt. Redshed doch runter. Redshed doch runter. Helfen. Wann kommt denn unser Rest? Äh, ich würd jetzt drauf sagen, oder? Ja. Go. Rein da. Oh, go! Okay. 1500 HP first. Oh, go! Slim ist ja schon fast durchgefahren. Darf ich auf das Objekt fahren, weil es scheint allein zu sein. Fokus feiern, guys. Hier, der E5, Fokus. 450 M auf Objekt, aufs Objekt. Das wo ihr wisst... Nicht ne Gegner schielten, Jungs. Nicht ne Gegner schielten. 50 muss tot, sonst hat der gleich nachgeladen. Der hat nachgeladen, der schaut mich nämlich schon böse an. Fokus feiern, sagt Angeist. 113 HP E5, jetzt den 57er. 800 HP 57. Objekt 140. Ihr könnt auch mal den E5 nehmen, hier daneben. Fokus Wechsel auf E5, 600 HP, 300 HP. Danke. Jetzt das 140er rausholen. Der Heavy da hinten hat gleich nachgeladen, Jungs, ne? Wartet nicht ab, drückt drauf. Fahrt hier raus, drückt drauf. Nicht abwarten, bis der 57er nachgeladen hat. Kommt schon, dem Semper hinterher. 68er. 68 HP, muss raus. Jungs, wo seid'n ihr? Jungs, wo seid'n ihr? Nice. Versuch den 113er zu pinnen, wo er ist. Bleib safe vor den hier, 157er nehm'n 10. 8 auf den 57. 750. 750 hat noch. Ein... Was war's? Ja, vielleicht sollten wir das Fokus vorher auf Englisch ansagen, das wäre nicht jeder Deutsch zu verstehen. Alles klar. Der 113er hätte eher rausgekommen müssen, der hat die ganze Zeit hinten reingeschossen. Der war noch voll, das brauchen wir nicht machen. Ein E100er mal hier vorne zurück, dass er dahin zielt. Mach dir da mal was auf. Ja, die Art, die hat auch nichts getroffen, ich weiß nicht, wie ich bei der war, also von daher, von mir hab'n da nichts bekommen. 3 AP-Schüsse versetzt. Joaah, wenn ich jetzt mindestens 8000 Damage gemacht hätte, hätte's jetzt auch nichts geholfen. Von den extra M-Flaggen müsste eigentlich jeder hier verstehen. Außer ich. Aber du redest doch Deutsch. Das heißt nicht, dass es ein Deutsch ist. Ja, der, der Push war eher so ein Semi-Push. Ja, ne? Das Gefühl hatte ich auch. Ihr wart da Überzahl. Und zwar deutlich. Also, E100er, einer von euch muss da hin gucken. Hallo, 140. Nein! Haha, 140. Äh, Moment. Haha, vormen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Boah, von so einem lässt du dich rausnehmen. Ich würd mal fast sagen, es wird einer im Gegnerteam sein, der zuletzt lacht. Ey, mein ich ja. 104 Ziel. Komm, du nimmst mit. Siehst du, 113 haben wir doch mal rausbekommen. Klar. Schön. Nachher war ja alles erreicht, was wir wollten. Okay. Sind wir noch drauf mit der Aufnahme. Ne Shade? Ja, ja. Ja, bitte. Kommst da, kann man wieder ESL spielen. Ja, müsste ich eigentlich mal was. Ja, wir könnten mit dem Ranked Team mal, da wird mehr Leute. Oh, der Jones. Hi, hi. Ja, lass mich rein. Ich will rein. Dass grad der Steinmann kein Deutsch versteht. Hat mich doch gewundert. Ey, ich bin Jones, ich kommt da rein. Ich kann doch kompetent Arti fahren. Ja, ich glaube Arti wollte ich doch nicht fahren. Das nützt nix. Ich will vorne mit dabei sein. So, schieb mal den Wasserfall zuerst mal rüber. Oh. Oh. Und für den Wasserfall muss man was anderes nehmen. Nix da, ich fahr Arti. Ja, so siehst du aus. Dann kommen wir wieder raus und schieb Zorn. Ja, dann kommen wir wieder raus und schieb Zorn. Oh, wir sind bereit. Bereit. Ja, die M53 ist die zweitbeste Arti auf Tier 10. Nächstes Game, Jones. Auf Tier 10? Ok. Ja, die Konk ist meine Meinung nach brauchbarer. Jetzt will ich mal sehen was du mit deiner Arti machst. Wir haben immer noch keine... Wir haben immer noch keine... Wir haben immer noch... Auf den Schienen. Das ist wichtig. Auf den Schienen hier vorne lang. Ähm, wenn dir bis hierhin immer noch nichts entgegen gekommen ist und dich aufgemacht hat, fährst du auf den Schienen über den Bahnübergang. Musst du ein bisschen fahren können. Dann kannst du jederzeit abbiegen hierhin. Alles was snipern kann, stellt sich hier ungefähr auf die Schienen und aimt hierhin. Okay. Ähm. Ja, der Rest fährt erstmal hier vorne ran. 113er, bist du da? Das ist Afka. Yay. Bin ich Afka? 113er fahren wir hier vorne an die Ecke und gucken mal ob hier irgendwas kommt. Letztes Gefecht auch nur 100 Schaden gemacht hat. Ah, der muss fallen, der Leo. Und weg mit dir, Wetschatten. Zurück, zurück, zurück. Macht eigentlich keinen Unterschied. Zurück, zurück, zurück. So, Mets nach links weg. Mets nach links weg. Hier hin. Heavys hier vorne. Aber können die noch so schön wirken. Die fahren da alles schön rein. Ja, alles klar. Ja, ich kann irgendwie nicht wirken, aber okay. Ist ja auch nicht guter Spieler. So, sind da Heavys hinter mir? Gibt's da welche? Mediums macht dich mal bereit zum push hier. Zum über die Schienen pushen. So, Mediums push. Go, da Schwerpunkt. Hinter mir quasi. Push, 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 push. Batchett zuerst, Jungs. Dann der Leo 1. Wir machen jetzt auf eins nochmal ne weg. Tausender, Leo. Hier steht der Batchett. Hier ist der Fokus, Geist. 600 HP, Leo. Wieso war ich eigentlich von hinten beschossen? Batchett nimm die vor dir. Dem Leo. Nimm die vor dir einfach. 42 HP, Leo. Batchett hinter unten. Okay. 140. Objekt 140. Linke Seite. 130 HP Objekt. 79 HP 62er. Neuer Schwerpunkt hier. Neuer Schwerpunkt hier. 113er, fahr rauf auf die Batchett. Fahr rauf auf die Batchett, 113er. Meine, unsere Batchett auch hintenrum, hinter den 113er hinterher. Nice. Nice. Nice win. So. Die Mediums von uns auf deren Batchett hier. Unsere Heavys nehmt es da. Der ist trotzdem nicht weg. Batchett ist schon mal. Da machen wir es halt so. Auto Endstroke. Das war jetzt n' Gemetzle. Mhm. Guck mal wie viele Tanks hier sind, Alter. Also Friedhof wieder. Können wir mit dem Puschen aufhören? Ich bin immer der Erste, der im Puschtirb, weil keiner losfährt. Awww. Wir wurden in den Rücken geschossen, also. Also ich geb jetzt offiziell den Artie-Part ab. Du wolltest ja nicht hören. Wir wurden beim Puschen in den Rücken geschossen, also was sagst du denn dazu? Ich sag nur, wenn wir solche Mids-Setups haben, dann ist es schwierig, Artie zu fahren. Weil wir... Guten Morgen! Der Punkt ist, dass der Gegner das Mids-Setup hat. Deswegen so... Äh... Deswegen so schnell der Flasche war. Behindertes scheiß Artie, Alter. Die will sich doch mal nicht ersenken fahren, oder? Ach, die geht's schon so. Was ist denn ersenken? Versenken. Ja... Liebe Zuschauer, das war's für diese ... Jetzt ist's Video. Wollt ihr noch alle Ciao sagen? 2 Ciao! wished I und ready to show us! Tschüss